Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ja, es gibt ein neues Event und natürlich neue Kugeln, die wir öffnen können und da habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir mal wieder so ein kleines, ja, verdummtes Hextech-Opening machen und zwar, ja, wie ihr sehen könnt, äh, hu 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 hu, ich meine, holy fuck, guckt euch mal diesen freaking Bang an, der ist einfach riesengroß, die sind alle so groß, also, ja, äh, ein Peperoni-Opening kommt heute, ich habe ja schon meins gemacht, für alle die Leute, die sich fragen, ja, ich habe mich für Garen entschieden, ich habe aber auch noch einen anderen Account, da habe ich Darius genommen, aber grundsätzlich bin ich natürlich der Garen Main, so, das heißt, wir gehen jetzt erstmal Boxen kaufen, würde ich sagen, ihr seht, wir haben einiges an RP und ich habe gesehen, beziehungsweise irgendwo, ja, hier das Versus Gemstone im Megapack, genau das gönnen wir uns nämlich jetzt, wir machen hier, ja, das heißt, wir kriegen 10 Wolf-Orbs, 10 Lion-Orbs, irgendwelche Tokens, Gemstone und irgendwelche Ringe, Icons wahrscheinlich, Ringe wären cool gewesen, Icons geht's auch. So, meine Freunde, und damit darf ich euch herzlich einladen, wir haben außerdem natürlich noch Milch am Start, ne, ganz, ganz wichtig, beim letzten Mal bin ich ja fast gestorben, und der Plan ist folgendes, ich habe, ja, so, ja, so ungefähr, weiß ich, was drin ist, also, viele, viele Skins, und jedes Mal, wenn ich ein Legendary oder höher ziehe, gibt es eine Peperoni für mich, Chili gab es leider nicht, das ist ein bisschen unlucky, hatten sie nicht, ne, aber bin ich auch ganz froh drum. Außerdem, ich habe euch unten mal für die Leute, die es interessiert, in die Beschreibung eine Liste gemacht, der Skins, die ich wirklich feiern würde, wenn ich diese bekomme, ja, das heißt, ja, schauen wir mal, ob wir davon einen kriegen, vor allem, Dragon Trainer, Trainer, Swain oder Dragon Master, da würde ich mich unglaublich, da würde ich Todesabfeiern bei. So, und zwar, fangen wir an mit, also, okay, ich habe jetzt eine Box aufgemacht, da war ein Skin drin, what, what, okay, Slayer Jinx ist geil, das rührt komplett, wenn die schießt, aber, what, get a guaranteed random Skin shot with a chance to contain orange essence versus back a gemstone, all missing skin, ich habe halt einfach nur ein Skin bekommen. Oh, doch, wieder nur ein Skin, okay, langsam wird mir das Ganze doch etwas, äh, verdoomt hier, der ist okay, den kann man machen, ich würde sagen, wir machen mal hier die roten auf. Miyoka ist ganz cool, ich glaube, den gönne ich mir, der ist cool, den habe ich noch nicht, der ist wirklich toll, der ist so ein richtiger, ja, der ist ein richtiger Troll-Skin, der gefällt mir, den werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Den habe ich zwar nicht in meiner Liste, aber eigentlich müsste der auch noch drauf gewesen sein. Sag mal, habe ich dafür 5000 RP geblättert? Vielleicht ist ja jetzt in den blauen was drin, die laden sich nämlich mit der Zeit auf, die leuchten deswegen auch und da kommt mit der Zeit die Energie rein. Ja, da ist schon ein bisschen Energie, den habe ich, glaube ich, schon beim letzten Mal gezogen. Orange essence, ne, das ist ein Gems, das ist bestimmt kein Gemsdown, nee. Oh, doch ein Gemscon, das ist aber ein Gemsdown, das ist ja komplett verwunderlich, schön, schön, schön. So, dann öffnen wir, Warmonger Sion, naja, ne, also die Legendaries, Leute, können wir ja bald Peperoni-Giveaway machen. Der ist okay, Supporter spielt jetzt nicht so oft, der ist aber okay und man sieht einen Sideboot, von daher würde ich sogar von okay bis relativ gut okay überschreiten. Ja, also bisher, holy shit, Leute, Red, also ich nenne diesen Skin ja auch kurzes Höschen Katharina, übel gut und klar, jetzt ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass hier kein Gemsdown drin ist, sondern irgendwelche Orange essence, das ist natürlich schade, aber mit der Orange essence kann ich dann bestimmt auch irgendeinen Skin kaufen. Naja, ich dachte kurz, das ist dieser, ähm, hier, dieser Skin, dieser, äh, Bad Lords oder Badland, äh, Rumble, aber dann war es doch dieser Holzgiraffen-Dschungel-Skin. Alter, wir haben jetzt schon gleich die Hälfte offen und nur Müll, nicht mal ein Legendary, gar nichts. Imperiale Looks, holy shit, ich meine, klar, man sieht hier ultra hat ihre Nippel, aber sowas von. Puh, aber, ähm, also, ich meine, ich meine, der Fokus liegt auch einfach insane da drauf, die Beleuchtung ist da drauf, nicht aufs Gesicht, nicht auf die Waffe, einfach nur im Mittelpunkt, was, ja, ich glaube, wir machen jetzt einmal diese auf. Alter, ist heute Mülltag oder was? White Nocturne, der ist von 1910. Ja, wir gucken mal, ähm, wir machen mal eine hiervon auf. Vielleicht, ja, wir müssen so ein bisschen... So, was können wir denn hier mitmachen? Wir können uns Border kaufen, was cool ist, also zum Beispiel ein Garen Border hätte ich ganz gerne. Wir können uns aber auch Kugeln kaufen, aber nur eine. Oh, ist das gewollt? Vier Punkte? Ist das doch ernst? Vier? Ein Random Champion Chart? Alter, ja, wir machen erstmal weiter auf hier. Der ist ganz... Okay. Okay, der ist okay. Der ist ganz okay, also, ähm... Schön, 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 stand am... Abde, 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 abde. Also, ein Legendary, ich möchte jetzt echt keine Peperoni essen. Ich hoffe nicht, dass da einer drin ist. Na gut. Vielleicht ist ja hier einer drin. Eine machen wir hiervon noch auf. Alter, ist heute... Ich glaube, heute ist internationaler Mülltag, ey. Ja, der ist ganz okay Der ist schön, 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 schön Na, GameStone-Opening Ich müsste hier für jeden GameStone Komm, wir müssen ja mal ein bisschen in den Spice Wir essen jetzt für jeden GameStone hier eine freaking Peperoni Na, was ist das denn hier, ne? Schöne, leckere Peperoni und nicht wie die ganzen Lappen das machen So Oh, ist das heiß dann Wir machen hier richtig Boah, ne? Das Ding ist Ich kann mich beim letzten Mal dran erinnern Wobei, es wird schon scharf Dass sie erst in der richtigen Zeit so richtig reinböllern Ja, wobei, es böllert schon Oh Hm Na, ich glaube, wir machen doch Legendaries Also, ich glaube nicht, dass das letzte Mal die erste direkt so scharf war Aber okay, na, die zweite Mega lecker Mega lecker Also, wenn ihr nicht wisst, was ihr essen sollt Oder kochen sollt Oh, hier ist gerade Oh, ich glaube, ich späule gleich Feuer, ey Oh, 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 oh Na, wenn ihr nicht wisst, ist Wessen Dann einfach Peperoni Alter, meine Augen tränen schon Oh, scheiße, ich sterbe Auf, Mann, schnell Ah, 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 ah 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 Woo Hmm, hmm, hmm Nooo 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 Ah 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 Ah, ich sterbe Ah 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 So, erst mal Ruhig mir so ein Border Garen Was ist das hier Ja Nooo Ah, ich sterbe gerade, wirklich War das jetzt vier Legendaries Ich hab noch genau Vier, aber ich schaff die nicht, Leute Ich schaff die nicht, ich sterbe jetzt schon Wirklich, also ich bring mich um So, if you don't love it, you don't know Oah D Kalko Ich errore, ich habe dir ein war Ich mach auch Ich habe eine kurze, die ich Mache Ich habe, ich bin Ich habe, ich habe es Ich habe, ich danke dir, ich werde Ich habe Bei dir, ich werde Ich werde Gib Whenever So, if you don't love it, if you're not having fun doing it and you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up, you know, being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that were successful loved what they did so they could persevere, you know, when it got really tough. And the ones that didn't love it quit. Auf geht's. Jetzt gerade geht's eigentlich, ich weiß nicht woran das liegt, ob ich jetzt gleich sterbe, delayed oder so, aber schnell hinterher. Leute, glaube ich habe den Schmetz gemeistert. Ich habe den Schmetz gemeistert und das ist ein Schmetz, das ist auch kein Geschmack gemacht. Martin Fanny, Martin Fanny. Also, eigentlich habe ich ja 3 zu viel gegessen, weil Games on Opening war ja eigentlich nicht, aber... Ja, komm, das ist die letzte, ne, die allerletzte. Ähm, damit bin ich dann auch quit. Ich glaube, also jetzt gerade geht's echt. Oder ich sterbe gleich, einfach so, ist so ein Dot so. Ähm, verursacht 3 Millionen Damage in 10 Sekunden. Tötet dich. Oh, jetzt kommt schnell hinterher. Also, ähm, ne, jetzt gerade geht's mir echt gut. Sogar so gut, dass ich noch hier Champions Diss entscheiden könnte. Ähm, wobei... Ähm, ich weiß, was habe ich jetzt überhaupt bekommen? Ich weiß das gar nicht. Oh, fuck ja. Oh, nö, bitte nicht. No. Okay, jetzt lange... Okay, ich sterbe, Leute. Ähm, ich war ein Tag für euch. Ich will raus, vielen Dank. Tschüss, toll. Hau wiedersehen. Ich wünsche euch einen richtig tollen Tag. Hello. Later. Ich wünsche euch einen Tag. Vielen Dank.